und damit herzlich willkommen zu einer weiteren episode von baldur's geht ja wir sind hier wieder bei den druiden denn beim edit ist man auch noch viel unterlaufen denn dieser mechaniker für sie der ist nicht bei den goblin lager wo wir trotzdem noch mal hin müssen wegen dieser unterwälder und er ist hier irgendwo und ich meine auch ich weiß wo er ist das letzte was wir da unten gegangen sind war doch da unten ein schmied und mit dem werden wir mal quatschen beziehungsweise werden sie auswählen wo ist so ein schmied 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 hier auch nicht wo müssen hier keiner mehr es sieht halt noch schmied aus hier wo geht es denn dahin master hels in it might have been better if you stay the way that's Äh, verbogenes Okay, hier waren wir noch gar nicht drin Aber ich will jetzt eigentlich auch gar nichts stiehlen Äh, das ist jetzt ein Problem Wo sind jetzt die ganzen Flüchtlinge hin? Ähm, die ist Warte mal, wir katschen mal mit ihnen Naja Aber wo sind alle? Die werden doch jetzt nicht bei uns im Lager sein, oder? Na Ah, shoot Na gut, das wird nicht die einzige Möglichkeit sein Gehe ich mal davon aus Aber da werden wir das Lager halt trotzdem auseinander nehmen Also das Goblinlager Das gibt's ja nicht Alle weg hier Und hier? Geht's mal hier runter Da sind die Droiden dann noch da Ja Ist jetzt alle noch da Interesting Da ist aber auch kein Schmied, oder? Ähm Okay Ja, was war das? Hä? Trennt ihr da jemand? Okay, keine Ahnung, wo das herkommt Ja Okay Ähm Dann kann ich es auch noch höchstens nochmal bei uns im Lager probieren, I guess Gut, also Long Rest muss ich sowieso machen, weil wir sind ein bisschen verwundet Also machen wir das mal Lange du hast Ja, mach mal Okay 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 Alles klar Will You've been naughty And you know what happens when you're naughty God damn it Anyone but her Ähm Woll ich das machen? Ähm Ja, guck You flatterer Why? If I had a warm heart I'm sure it would be skipping Call me Missora I'm Will's patron The fount of his power My pet's been unruly And his leash needs a yank We had a deal, Will But Karlak's still breathing I've taken more pleasant shits than you, Missora And at least those can be buried after That's no kind of talk for a lady By the way, Karlak Zariel sends her regards You told me Devils only She's a tiefling Not a monster How precious The little pupsters found his bark Clause G, section 9 Target shall be limited to the infernal The demonic The heartless And the soulless Karlak meets the criteria By virtue of having no heart Hmm He's the blade of frontiers Devil's plaything just doesn't have the same ring Speaking of Oil burns in the fires of Avernus The lightning storms of Dis strike his flesh His soul passes through each layer of the hells Gaining their essence And their torment Alles klar That's better What the hells have you done? A promise broken A price paid You know the terms Get used to the new form, pet There's no going back Some magic even I can't undo Now Let's see how the frontiers fare without their precious blade Carlak Keep an eye on him Would you I'll be keeping mine On you Oh and well Don't forget Our pact still stands Ta ta Was Scheme Packed Ähm Ja Kein Quatsch Will hardly knows me But he chose my life over his He had a long time since someone stuck their neck out for me like that He's a good one A jutsch Entscheidung Und jetzt muss er die konsequent Ah Oh Hallo, Tod. Die restlichen Flüchtlinge sind nicht brauche ich. Wir haben echt ein Problem. Ja, dann schritt ich mal mit dir. Ich bin immer sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Na, das ist jetzt ein bisschen zu viel, finde ich. Was habt ihr erwartet? Teufeln, kein Begriff der Ehrlichkeit. Ich wurde in einen Teufel verwandelt. Ich finde die Strafe angemeldet. Ja. Ja, die Bedingungen würde ich sehr gerne wissen. Ich kann nicht die Terme oder die Umstände des Pakt. Ich kann dir alles erzählen, aber das Pakt ist verabschiedet. Obwohl Masora es ermöglicht. Aber ich sage das. Den Moment, in dem ich mich mit Masora mit Masora habe ich mich nicht für einen Herzbecken gebetet. Es war mein stolzes Deid. Es war wert, die Sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Das nochmal zum Problem wird und unser Magerfreund, da würde ich da nochmal gerne quatschen. Moin. Und in such fraught times as these there is peace to be found in the stillness as evening draws in. I used to while away many hours just like these with my companion. And in far comfier surrounds. She preferred it when we were alone. Curled up before a crackling hearth with some ancient esoteric tome between us. Ink glinting in the firelight. By a Gerorn's lost nose. No! I speak of Tara. My Trescent. Assistant. My constant companion through all the ills and tribulations my hubris has thrust upon me. She'll be proud to see me keeping such fine company. The saviour of those poor tieflings no less. I've given a precious little to be proud of recently. after I was afflicted with my condition and locked myself in my tower for an entire year. It was inconsolable. Wallowing in my self-inflicted tragedy. I've given up on myself but Tara never did. It was her encouragement. Her research that led me to my treatment. Once we knew that magically infused items were the key she went out to find them for me. she saved my life. She has a good heart. She'd recognise the same in your actions here. I'm sure she'd approve of me lending myself to your efforts. Smart does her a disservice. She's a fine wizard in her own right though somewhat held back by her lack of opposable thumbs. You remind me of her somewhat. An expression you both share. When she gives in to her more feline qualities. A mouse trapped beneath her paw. Wish she were here for me to make a formal introduction. But I would never ask her to undertake such a journey. She's safer at home. Besides she was always telling me I needed to spread my wings so to speak. Fine mortal friends instead of hanging on to mistress's coattails. So that's what I'm doing. I hope. This is gemein. Naja so an old shoes to be romantisch. In principle I don't know. Ja kommt jetzt beside. Very funny. But as we all know Nymphs are sticklers when it comes to their bathing routines. You my friend haven't been near a fresh spring in a ten day or more. Not that I don't appreciate your musk. Actually rather like it Stehst du auf mich? Ja jetzt ähm okay eigentlich hatte ich gedacht zusammen wären wir wunderbar. Das denke ich auch. Wir sind ein wunderbarer Freund. Wäre das sonst etwas gelehrter. Hm. Hm. Ja cool. Wynne ist to wit as meat is to to oh I can't bloody remember it. There I go then. Proving your point. Perhaps we'd better leave it at that. My eloquent tongue isn't worthy of your ear at present. Go enjoy your evening. Nothing better for the heart than a good night's rest. Yeah ich glaube er steht so bisschen öffnig. Okay ja das mit den Flüchtlingen ist jetzt ein bisschen an issue. Ich muss nachsehen wo ich die jetzt finden kann. Aber wir werden erstmal uns ausruhen. Okay nehmen wir mal die Sachen da was wir hier gefunden haben. 41 Auto vollständigen. Machen wir es so. Lange Rast. Los geht's. Wow neuer Traum. For now I see you've been using the powers the tadpole gives you. Good but things haven't gone as you expected. You hoped a druid as powerful as halseen might be able to remove your tadpole but he couldn't. You're desperate to be rid of it. Understandable but you're looking for solutions in the wrong places. Hmm. Yeah. Yes. Halseen is correct. Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal until the source of the tadpole's magic is destroyed any attempt to remove it will kill you. You were lucky that Halseen knew this. His instincts are right. Her parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. Hmm. I am not sure yet. To find the answers we must first find the source. These parasites are more than illithid spawn. They are vessels for control. The infected hear the voice of the absolute. and believe it to be a god. You witnessed it yourself with Priestess Gutt. That is how the cult of the absolute is spreading. The highest of their rank, the true souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days, they will be mind flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. It's complicated, but I'm an adventurer, just like you. Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once, I almost succeeded. Now, through you, I've been given a new chance. you can go where I cannot and I can protect you from that evil if we work together we may turn this around they need me I have to go no it isn't safe the power I used to protect you I stole it from someone they want it back I can but sooner or later I will be worn down you must discover the source of the magic that controls the parasites before that happens the cultists are gathering at moonrise towers use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them and when you find the source of their magic destroy it go our freedom depends on it yeah the best we must come in the world here come so we will go into the goblin lager do more button fest okay wir brauchen hier nichts mehr wir können das lager verlassen und dann machen wir gerade mal eine schnell reise jetzt wo ich die gute endlich hab nicht mehr viel früher erholen sollen andererseits ist es glaube ich gar nicht mehr so schlecht dass ich von vorne reingegangen bin weil sonst hätten sie mich hier alle platt gemacht auf einmal das wird den flüchtlingen auch nicht vergessen oder sollte ich wenn das mit der unterwelt auch so was ist dass wir dann komplett weg sind ich schau mal ganz kurz nach besüglich den flüchtlingen ich bin gleich wieder für euch da okay ich hab mich mal kurz eingelesen wir können den hier tatsächlich nicht mehr treffen nachdem wir die flüchtlinge da schon geholfen haben aber wir werden angeblich in akt 2 wieder treffen und oh ja gut damit hab ich jetzt irgendwie gerechnet dass das passiert kann man irgendetwas was wir auslösen können nee ne ah da könntest aber hier nach oben gehen jo das machen wir mal und ich würde sagen stummangriff beziehungsweise zerfleischen jo und dann machen wir das da ok du bleibst da oben konntest du hier auch irgendwie rauf nee aber du gehst mal ein bisschen weiter nach vorne dann kampf komm geht schon yes shit fick schlagen ok passt dann kampf nice und nach vorne das war's wir den hier mal nutzen 1 2 3 alle nach da oben yes und ist down geil läuft ah da hinten ist ja noch ein ah cool der kommt runter oh da verliert er ja sein vorteil nice ok nice ähm rüstungsklasse erhöhen machen wir mal bei hier laufen da mal nach hinten weißt du was einmal draufhauen bitte scheiße viel schlag sehr geil benommen nice nach vorne stellen sie mal direkt da hin so was kann ich nicht stoßen naja gut das bringt aber eh nix kommt er darf nicht alarm schlagen joo ist sie dead geil shit beschlag bleibst aber erstmal da oben joo geil gut geht das ja wir nehmen das gold schon mal mit angriff 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 ja komm machen wir mal er ist eh der letzte shit shit schlag oh okay okay so draufhauen yes okay runter nix wichtiges volt gerne mit wobei warte mal so ein helm vielleicht nicht für uns aber kannst du das ist eine mittlere rüstung wo ist der helm 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 da da nütz mal besser als nix so da glaube ich haben wir noch ein paar kollegen hier spier ob wir desto treffen können holterer shit warum ist das nicht noch unten komm wir probieren es noch mal ja sehr geil und wenn wir jetzt hier drin sind ich glaube das war nur one use ach da jetzt auch noch mal so ein teil oh geil sie sind da ich brauche das jedes mal in den long rest okay ähm warum auf dich kritischer treffer geil äh erhöhte position bitte äh schild des glaubens äh auf dich ach shit das kann ich immer noch auf eine haben seh ich gerade so du haust hier mal gut rein nice gut äh wir machen das wieder okay gegen immer mit und tschüss shit okay big boys ihr seid's dran ouch ouch okay ähm den da ich würde mal sagen ja einmal jetzt auf kann ich bei dir auch noch geht nicht aber vielleicht auf dich yes yes gut wir bleiben stehen ja ja geil übelkeit so lapf runter ja knallt uns einig yes yes Sag mal, Indor. Schiff ihn noch, bitte. Yes. Heilendes Boot. Brauchen wir das? Ja, vielleicht auch für mich. Gut, schon passt. Und du haust ihm also richtig schön, bitte. Nice. Was ist mit dir? Hallo. Zu den da oben. Komm, wir müssen weiter nach vorne laufen. Das passt. Oh, was? Okay, jetzt kommen natürlich gleich mehr Kollegen dazu. Hahaha, wie geil. Außer sie sind halt echt nicht die Schlausten. Blockieren sich da immer gegenseitig. Okay, wir selber. Er ist tot. Geht uns auch mal runter. Okay, äh, einmal auf dich. Und den, ich glaube, ich kriege ich nicht, oder? Ja, er ist zu weit entfernt. Ja dann, alles auf dich. Nice. Gehen denn. Dann Kampf. Hier drauf. Geil. Äh, wir gehen drauf vorbei. Das passt. Ja, einmal dort auf. Geil. Kritisch. Ähm. Auch Fernkampf. Nice. Vorlaufen. Geil. Das. Das. Äh. Äh. Äh, äh, äh. Okay. Ich hätte jetzt gerne noch mit ihm quatscht, aber... Okay. Ja, scheiße. Äh. Machen wir denn hier noch? Viel schlau. Bleibst du. Sehr geil. Ja, was kannst du denn du noch so schönes machen? Mh, 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 mh. Du kommst vermutlich nicht mehr ran, oder? Oh, doch. Ja, komm. Lass mal machen. Alter, wie geil. Oh, geil. Wir haben da schönes Spielzeug bekommen. Okay. So, habt ihr irgendwelche Tränke oder sowas mit dabei? Wir hätten noch einen zweiten Helm. Nehmen wir mal mit. Jo. Nehmen wir auch mal mit. Da haben wir noch einen. Okay. Neh, Helm. Wo ist der jetzt hin? Schuppenpanzer. Mittlere Rüstung. 14. 15. 11. Sag mal, kannst du? Ja, das geht. Und wo ist der Helm? Ja, guck mal. Du kriegst noch einen Helm von mir. Dolch. Haben wir neben das Nebelschritt. Ich gebe euch noch mal ein paar Schriftrollen so nebenbei. Ritualangst. 0 bis 5. Ne, behalten wir mal. Aber ihr könnt mir ein bisschen was tragen helfen. Damit ich hier nicht alles habe. Uh, Kriegsschild des Absoluten. Bist du, bist du zweihändig? Ja, zweihändig. Ja, das sind beide zweihändig, nicht wahr? Ja. Gut. Monster schlechter. Äh. 1 bis 10. Ja, ne. Halt dich. So viel zu dem da. Ähm. Es ist die Frage, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wo geht's runter? Waren wir hier drin schon? Was, wir gehen mal hier rauf. Aber ich möchte sagen, das ist nicht das Schlauste, das... Können wir den retten? Echt? Wir kennen den. Dann... Warum? Wir... Ich war mit einer Gruppe von Adventurers. Wir kamen hier für ein Artefakt. Es heißt, die Night Song. Wir versuchen, die Goblins zu schlafen. Aber... sie haben uns geholfen. Ich glaube, ein Packer Goblins könnte so... so effizient sein. Ich glaube, sie haben es nicht geholfen. Sie haben es nicht geholfen. Ich glaube, sie wissen es überhaupt nicht, dass es existiert. Ich... Es war geholfen, seit Jahren. Somewhere, unter dem Tempel. Der Ort war supposed to be abandone. Wenn wir gekommen sind. Aber Brian hatte instruktionen, aber... die Goblins haben ihn. Sie... Ja, komm, lass mal mal runter. Okay, zwölf brauchen wir da. Konos hinzufügen. Sollte ja eigentlich klappen. Ja, okay. Okay, also dann können wir jetzt auch noch dieses... So, Trompeten nehmen wir mal mit. Ach, da geht's auch raus. Interesting. Ja, dann suchen wir mal... Oh, der ist auch so ein Symbol. Wollen wir mal bei dem einen Lager gesehen, wo wir... Also wo sie uns fertig gemacht haben. Eiltrank mitnehmen. Dankeschön. Geht's hier weiter? Nö. Okay, dann... Gehen wir hier rein. Ist da jemand? Nö. Okay, weiter geht's. Ah, da hinten ging's zu der... Ah ja. Ne, da müssen wir nicht hin. Was sind die anderen Leichen? Wir probieren's mal da links. Oder müssen wir da unten runden rein? Ah, Angriff, Verkampf. Mach mal. Hm, da ist ein Höhleneingang da unten. Schauen wir doch hier mal vorbei. Da hat's ja noch ein Gefangenen. Ach, da hinten sind Kollegen. Ach, da hinten ist ein Gefangenen. Ja, ich will. Ja, ich will. Ja, ich will. Sie werden auf dich schnell genug. Dann, du wirst, du bist in einem Haag. Du wirst, du bist für die Spadern oder die Ange. Ja, Herr. Wenn du mit einem Gehirn hättest, du wärst nicht hier in Ordnung wärst. Sie haben alle geblieben. Sie haben ihre Hände geblieben, von den alten Wäldern, von einem Unstark-Gott. Die Hände blöden Hände aus mir, seitdem ich eine Wart-Pup bin. Ja, dann wünsche ich dir da viel Spaß da drin noch. Hier, glaube ich, geht es nirgendwo weiter. Ne, das ist eine Sackgasse. Ich glaube, wir müssen da runter. Warte mal schauen. Hier haben wir ja alle Platz gemacht. Da ging es auch nicht weiter. Da oben war das hier. Hä? Irgendwie hin. Ach, da oben. Ja, okay, komm. Ja, Fehlschlag war ja irgendwie klar. Wie komme ich denn da hoch? Ach, da hinten ist die Leiter. Äh, weißt du was? Machen wir mal. Ah, scheiße, Weg ist unterbrochen. Äh, warum hat sie dann schießen können? Auch darüber. Ja, Gott sei Dank. Achso, ne, ich dachte schon, er geht runter. Also, komm. Ja, war klar. Okay, vorlaufen. Und dann warten wir. Kannst du ihn treffen? 45? Ja. Ja, passt. Und schon ist erledigt. Ah, ist das schlau, da unten rein zu gehen. Es hat ja keißen drunter. Und hier links... ...gibt's ja auch nix mehr. ...mein Pisch. Da war ja das einer Riss, aber da kommt halt nur eine Person rein. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal nach unten. Aber davor erst mal speichern, würde ich sagen. Oder, wo habe ich mir noch mal gedacht, da bin ich in das eine Verlies da reinkommen. Ah, wo war denn das? War das doch hier drin? Ja, ich glaube, da, die Tür war das. Aber andererseits, mich würde es immer... Es hat ja geheißen, unter dem Ganzen. Sollte man vielleicht da unten doch mal rein. Sehen wir da vielleicht so eine Kreatur? 32. 24. Ah, ich glaube, die könnten ganz schön zwirbeln. Oh, da ist der Eingang. Okay. Sollen wir eine Short Rest machen und rein? Okay, aber ich würde sagen, ja, wir probieren es mal da unten rein zu gehen. Und mal schauen, was wir da unten finden. Vielleicht fühlen wir da das Nachtlied. Und wenn das nix wird, dann probieren wir die Tür da hinten. Das, glaube ich, ist der einzige Weg. Ja. Aber ich muss sagen, Kämpfe laufen schon wesentlich besser. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht ein Dämon nach oben da. Und dann bis bald hier in Baldur's Gate. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö, tschö.